Jawohl, die News von Nvidia waren gut genug, als dass der Markt weiter nach oben schießt. Wir haben es gesehen, mit einem Gap hat Nvidia nach oben eröffnet und hat damit gezeigt, nein, nein, alles in Ordnung. Wir haben gestern ein bisschen intensiver noch darüber gesprochen. Ihr habt vielleicht das am Abend mitverfolgt. Wir waren ja da noch mal ein bisschen tiefer eingetaucht, auch Nvidia und in die Situation dort und hatten ein wenig ausgemacht, dass die Chancen für die Oberseite zumindest mal besser sind. Sicher sein konnte man sich nicht, aber wenn die Chancen besser sind, ist das sicherlich kein Nachteil. So, damit haben wir eine gute Seite wieder aufgemacht und wer jetzt sagt, das hätte ich gerne vorher gewusst, bevor Nvidia gegappt hatte, der Future hat es ja schon ein bisschen in der Nacht gegebenenfalls vorbereitet. Also ihr könnt sehen, 21. Februar, da ging es schon los, nachdem die Zahlen aus der FED kamen, aus dem Sitzungsprotokoll sozusagen, anschließend der Kurs weiter nach oben und der Riesenansturm von Nvidia, der bestätigt das ganze Bild ja dann gerade nochmal. Also insofern gute Voraussetzung, dass das Korrektivmuster, was wir hier haben, jetzt vorläufig erstmal beendet ist. Wir haben einen neuen starken Anstieg und das ist genau das, was ich am liebsten sehe. Das gibt mir nämlich die schönsten Einstiege, wenn wir irgendwann in Bälde einen korrektiven Rücksetzer haben, um dann eben in die starke Richtung, die ist nun mal nach oben, ich glaube, da müssen wir nicht drüber streiten, dann eben diese Bewegung fortzusetzen. Also für all diejenigen, die hier irgendwie im Kleinen da versucht haben, schon reinzukommen und drin waren, alles richtig gemacht. Immerhin an der Unterstützung hat der Kurs gedreht, hat damit vorläufig erstmal gezeigt, dass er Power nach oben hat. Ihr seht, diese Aufwärtsbewegung, anders als diese hier, da gab es Gegenbewegungen mit Überschneidung. Hier überhaupt nicht, das kann man hier wirklich nicht vorwerfen. Jetzt ist es eigentlich an der Zeit, dass es korrektive Rücksetzer gibt, um dann eben eine Fortsetzung nach oben dann gegebenenfalls noch weiter zu reiten. Das Ganze sieht beim S&P ziemlich ähnlich aus, also insofern ist da jetzt nicht ein Riesenunterschied vorläufig zu sehen. Achtet immer darauf, solange die Korrekturen oder nein, solange die Gegenbewegung, in dem Fall also abwärts korrektiv ist, ist alles gut. Also ihr seht das, dreiwellig ist normalerweise das Stichwort dazu. Wenn ihr eine dreiwellige Bewegung habt, ist es eigentlich die falsche Richtung, müsste es noch mal weiter nach oben gehen. Also ihr könnt das im Kleinen auch immer wieder sehen. Insofern alles vorläufig erst noch mal, zumindest mal im kleineren Bild, jetzt für eine weitere Aufwärtsrichtung durchaus gegeben. Beim Dow Jones hatten wir das Bild. Wir hatten gestern darüber gesprochen. Hier seht ihr, das ist der Teil des starken Anstiegs. Das war die Korrektur. Wir selber haben versucht, mehrere Trades zu platzieren, mussten dann immer wieder ein bisschen anpassen. Wer es nicht gesehen hat, wer es nicht gemacht hat, ist kein Problem. Diese Methode könnt ihr immer wieder anwenden, auch unter anderem beim Nasdaq. Unsere jüngsten Vorschläge, die wir gemacht hatten im Bondsflow Trading, die mussten wir allerdings canceln, weil er noch mal einmal tiefer war und dann erst abends spät dann wieder da oben hin. Wenn ihr es aber auf eigene Faust gesehen habt, also dann, naja, die Methode ist es immer die gleiche und dementsprechend auch immer wieder analog anwendbar. Also ihr seht, wenn ihr dieses Ding hier verstanden habt vom Grundprinzip mit Erwartungshaltung nach oben, das ist ziemlich genau das. Ich springe noch mal zurück zum Nasdaq, was wir gegebenenfalls hier erwarten würden. Also von den Tiefbewegungen, Hochbewegungen, Rücksetzer in unsere Lieblingszone Fibonacci. Ich mache es noch mal groß. Das ist jetzt wieder der Nasdaq Future, weil der am schönsten eigentlich hier aussieht. Tolle Anstiegsbewegung, Korrektiv in diese Zone rein. Wenn ihr nicht mehr sicher seid, was korrektiv ist, guckt ihr noch mal, wie war das beim Dow? Ach ja, das war dieses Teilstück. Also im Prinzip Nasdaq ist jetzt dort. Das ist der Anstieg beim Nasdaq. Das ist die hoffnungsvolle Erwartungshaltung. Also das ist immer noch der Dow Jones. Nicht, dass ihr mich jetzt für verrückt gehaltet hier. Das war aber analog. Also das, was wir hier hatten beim Dow Jones, das ist das, was wir jetzt im Moment haben sozusagen beim Nasdaq. Das ist dann das, was wir beim Dow Jones im Anschluss bekommen haben. Wenn wir was ähnliches bekommen, wie das hier in dem Fall beim Nasdaq, dann habt ihr jetzt schon mal eine Idee, wie ihr damit idealerweise umgehen könnt. Die Zeichnung ist nicht ganz so schön geworden, aber wenn ihr das hier A, B, C oder von mir aus mehrfach, dann habt ihr hier entsprechende Trigger für die Oberseite. Ihr könnt auch versuchen, wenn ihr hier eine Umkehrkerze habt, da entsprechend reinzugehen. Denkt immer dran, so Hammer, dass sowas wie hier oder wie hier, das sind mögliche Umkehrkerzen, Shooting Stars auf der Oberseite. Wenn ihr solche Situationen seht, dann ist die Chance relativ groß für den Dreh. Und wenn das auch noch dort passiert, wo ihr auch einen Dreh erwartet, also an solchen Marken, dann ist es immer besonders lukrativ, dann entsprechend da auch was zu tun. Also der Dow Jones ist schon quasi eine Stufe weiter. Da würde ich jetzt natürlich nicht mehr einsteigen. Der hat das jetzt ja im Moment schon gesehen. Wer unbedingt der Dow Jones noch handeln will, der kann natürlich gucken, ob er im kleinen Korrektivmuster sieht. Man muss allerdings sagen, dass er jetzt langsam anfängt, ziemlich starke Abwärtsbewegungen. Auch hier wieder starke Abwärtsbewegungen. Ich würde also im Moment beim Dow Jones sogar sagen, wenn der in den nächsten, ich bin hier im Fünf-Minuten-Chart, mal so eine Korrektivbewegung hoch macht, dann würde ich das, das gleiche Bild, nur in kleiner und in die Gegenrichtung sogar für die Short-Seite handeln. Passt das denn? Naja, das, was wir hier haben, wäre ein Short im Fünf-Minuten-Chart. Ich wechsle wieder zum Nasdaq. Hier haben wir ja auch schon gesagt, naja, so langsam sollte mal die Abwärtsbewegungen anfangen. Nur hier im Fünf-Minuten-Chart beim Nasdaq seht ihr zwar, dass er nach oben mühevoller wird. Also das Ganze wird nicht mehr ganz so dynamisch sein. Deshalb die Frage, wenn es dann wirklich mal einen Schub im Fünf-Minuten-Chart nach unten gibt, der Korrektiv nach oben gibt, der bietet mir dann im Intraday-Bereich wiederum und die Möglichkeit, den Short zu machen, der quasi uns dann dahin führen könnte, wo wir es dann tatsächlich erwarten. Noch ist es nicht wirklich zu sehen. Wir sehen zwar, dass es mühsam wird nach oben. Also die Chance, dass es da also jetzt mal irgendwie sowas in der Richtung gibt, die wird immer größer. Aber das alleine reicht natürlich noch nicht aus. Wartet darauf, dass ihr hier im Intraday-Bereich einen Schub runter, wackelig hoch und dann habt ihr einen guten Einstieg, um dann den nächsten Schub noch mal nach unten zu handeln. Also das Gleiche, was wir hier haben, nur umgekehrt und in der anderen Zeitzone, hätte ich fast gesagt. Also das ist hier ein Vier-Stunden-Chart. Das heißt, das wird viele Stunden oder ein paar Tage dauern, bis er da runter kommt. Das hier dauert vielleicht nur ein paar Stunden, bis er runter kommt, wieder ein bisschen hoch. Also das ist dann auch Intraday leichter nutzbar. Also insofern spannende Situation. Insgesamt kommt also erst mal zumindest die Aufwärtsseite noch mal auf jeden Fall en vogue. Wir haben kein Negativ-Szenario von Nvidia gesehen und dementsprechend beste Voraussetzung, dass der Gesamtmarkt sich also nicht ganz so schlecht fühlt, wie man sich das vielleicht erwartet hat. Weiß ich gar nicht genau. Wir hatten es hier gestern Abend noch mal angesprochen in der Born Academy. Wir hatten darüber gesprochen, dass eigentlich das Szenario perfekt ist, dass die Marktteilnehmer im Nvidia erst schon mal runtergegangen sind, um quasi die vierte Welle der Korrektur zu machen. Ich kann das gleich im Video noch mal hinten in der Endcard verlinken. Dann könnt ihr euch das von gestern Abend noch mal angucken, wie wir das Ganze hergeleitet haben. Falls ihr nicht selber schon mit dabei wart, ich hatte ja gestern den Link zu der Veranstaltung schon geschickt, sodass ihr vielleicht das schon längst gesehen hattet. Also insofern gute Voraussetzungen. Einerseits, weil es insgesamt schöne Marktbewegungen sind, die wir jetzt hier sehen, die eigentlich sehr klassisch handelbar sind, also sowohl im ganz ganz kleinen, wenn ihr also im winzigen Bereich unterwegs sein wollt, macht das einen guten Eindruck. Im größeren Bereich macht das einen guten Eindruck. Für all diejenigen, die übergeordnet bullish sind, gibt es und gab es bislang ja keinen echten Grund rauszugehen. Also entweder super eng rausgehen für die ganz Aktiven, aber da haben wir schon über die neuen Einstiegsmöglichkeiten im kurzfristigen gesprochen. Für die übergeordneten natürlich nicht. Wir haben immer noch steigende Tiefs, steigende Hochs. Es sieht alles immer noch einigermaßen okay aus. Man kann hier hinten zwar maulen, neu aus nicht mehr ganz so deutlich, wie wir es hier vorne haben, aber die insgesamte Bewegung scheint also dadurch noch nicht wirklich kaputt gegangen zu sein, sondern man hat den Eindruck, alles noch barbene und wir sind jetzt noch mal in der nächsten deutlicheren Aufwärtsbewegung. Gilt das gleiche auch für den DAX? Naja, der DAX hat heute erst mal ganz toll aufgemacht. Also da kann man ihm erst mal nichts vorwerfen bei diesem Anstieg. Insgesamt natürlich das gleiche Bild. Trotz alledem noch mal ganz kurz zur Ankündigung. Denkt immer dran, das war korrektiv, aber zu klein. Das ist bisher so symmetrisch noch, dass es auch dreiwellig sein könnte. Also dieses Bild, was ich mal skizziert habe, ist noch nicht vom Tisch. Nur jetzt passt es eigentlich hervorragend von der Symmetrie, wenn man sich das so anguckt. Also hier hinten dieses Aufwärtsteil. Wenn er wirklich drehen will, dann sollte er es bald machen. Sonst wird das irgendwann hinten so groß, dann wird auch das Überschießen hier so hoch, dass es nicht mehr so typisch ist, dass er dann hier runter kommt. Also wenn die Bären wirklich noch irgendwie Lust haben auf darunter, dann müssen sie langsam Druck aufbauen beim DAX. Sonst wird es dann irgendwann zu spät sein. Dann ist der Bullenmarkt wieder voll etabliert. Im Moment sieht man aber noch überhaupt keine echten Ambitionen für nach unten. Also insofern, ja, schöne Studie, schönes Fallbeispiel, aber im Moment überhaupt nicht existent. Also ihr solltet nicht jetzt davon ausgehen, nur weil ich das gezeichnet habe. Das ist zwingend die Erwartungshaltung. Das ist eine Option, für die es aber weder hier noch im Tag, im Wochenchart, also weder im Tageschart noch im Wochenchart noch im Intraday-Charts irgendeine echte Ambition gibt, dass das passiert. Also insofern das von mir mal gezeichnete, eher schwache Bild nach oben. Also wenn es nicht jetzt bald kommt, dann ist es dann halbwegs schon zu spät. Man hat den Eindruck, dass auch hier beim DAX, wenn wir das hier mal so angucken, hier ja eine Korrektur war. Hier vielleicht eine untergeordnete zweite Welle. Wir sind in der dritten. Wenn jetzt eine kleine vierte noch kommt, eine fünfte, dann spricht vieles dafür, dass wir später sogar noch, machen wir es mal richtig hier, noch mal wieder eine etwas größere Korrektur und noch mal weiter nach oben. Also weiterhin alles im bullischen Rahmen bleibt. Dafür scheint im Moment das Verhalten der Marktteilnehmer zu sprechen, denn richtige Avancen für die Abwärtsseite gibt es einfach aktuell nicht. Wir hatten hier mal so einen kleinen Versuch, nur dass ihr das im Blick behaltet. Das hier würde ich durchaus als eine Chance für die Short-Seite sehen, nur dass ihr das auf jeden Fall richtig nachvollzieht. Und wenn ihr jetzt hier dann so eine Bewegung habt beispielsweise und der Kurs dann A, B, C irgendwo in die Mitte kommt, dann bin ich auf der Suche nach dem Short. Wenn er das triggert, macht er nicht. Also nicht. Ja, also ihr seht, es ist wichtig. Ich rede häufig davon, dass irgendwie was Long-Shorts, ich suche nach Longs, ich suche nach Shorts. Natürlich, wenn ich eine starke Abwärtsseite sehe und etwas, was gerade so wackelig, ihr seht das hier jetzt so, was ich so mal angedeutet habe, so A, B, C, wackelig dann wieder hochkommt, dann suche ich die Short-Chance. Aber es ist für mich wichtig, dass er das irgendwie bestätigt. Das hätte er mit einer Umkehrkerze machen können, da gab es jetzt dann überhaupt keine Umkehrkerze oder eben mit dem Trigger hier. Das ist jetzt nur symbolhaft, es geht mir gar nicht so sehr jetzt um diese Idee. Aber nur, dass ihr das versteht, dass ihr regelmäßig durchaus für beide Richtungen offen sein solltet, aber euch diese Sachen bestätigen lassen solltet. Zum Beispiel durch Umkehrkerzen wie diese hier an einer Stelle, wo ihr auch eine Umkehr eigentlich erwartet. Das ist grundsätzlich immer eine ganz gute Geschichte. Gucken wir ganz kurz auf den Future. Das ist jetzt der DAX, wobei das Bild ist hier nicht großartig anders, außer dass das Gap fehlt, weil natürlich hier nachbörslich auch noch gehandelt wird. Der DAX ist da ja dann auch noch offen gewesen, als die ganzen Nachrichten da reingekommen sind aus Amerika. Insofern grundsätzlich das gleiche Bild. Und ihr seht auch hier die relativ starke Aufwärtsbewegung, hier die verhältnismäßig wackelige Abwärtsbewegung und die Fortsetzung nach oben. Man kann sich ein bisschen darüber streiten, ist das korrektiv genug von der Optik. Klar, wer es nicht wollte, also mir war das auch ein bisschen suspekt. Ich fand das beim DAO eben deutlich besser. Aber ihr seht das Grundprinzip einfach, dass ihr die Augen trainiert. Was ist die starke, was ist die schwache Seite? Und dann eben sagen, okay, wenn er die schwache Seite verlässt, sprich da irgendwie was triggert oder Umkehrsignale in irgendeiner Form bietet, das können auch irgendwelche Oszillatoren sein. Wenn ihr dann sagt, okay, ich bin ein Liebhaber eines Oszillators, ich gucke da immer nicht so gerne selber drauf, aber wenn ihr einen Oszillator habt, der euch die ganze Zeit näherungsweise Hochpunkte und Tiefpunkte und Hochpunkte gut angezeigt hat und dann zeigt er euch einen Tiefpunkt an, erwartet eine Wende, dann ist das durchaus nicht unrealistisch, dass man dann an der Stelle dann auch sagt, ja gut, dann versuchen wir es da halt. Guckt euch dann zum Beispiel euren Lieblingsindikator an, das ist jetzt hier mein eigener, der Born-Oscillator, aber ihr könnt natürlich einen eigenen verwenden, den ihr gerne mögt, wenn ihr dann seht, dass der die ganze Zeit einigermaßen passend Wendepunkte angegeben hat, es muss nicht immer passen, und ihr hier keine Kerze findet oder ihr das doof findet mit meiner horizontalen Linie, ihr müsst das ja nicht so machen, wie wir das machen, dann habt ihr auch die Möglichkeiten über solche Funktionalitäten natürlich entsprechend dann Einstiegssignale dann immer wieder zu finden. Aktuell sind wir aber jetzt schon stark gelaufen, scheint so ein bisschen in der Ermüdung zu gehen. Aus bullischer Sicht wäre jetzt völlig okay, wenn ihr eine kleine, vielleicht ähnlich große Korrektur wie die macht, also das ist die Korrektur, die wir hatten vom 16. Februar mittags bis zum 21. nachts 0 Uhr, also da in quasi über das Wochenende hin diese Korrektur, wenn wir was in ähnlicher Größe hier hätten, wäre das wahrscheinlich die vierte Welle und wir kriegen noch mal eine fünfte hinten dran. Also ihr seht, ich bin da noch gar nicht so negativ drauf, was das angeht, kann mir sogar vorstellen, dass wir da noch deutlich mehr nach oben bekommen. Insbesondere, wenn er kleinere Korrekturen hier zwischendurch noch mal macht, dann sind die Chancen aus meiner Sicht da relativ groß. Ja, viel mehr kann man eigentlich nicht sagen. Es bleibt offensichtlich beim bullischen Bild aktuell. Es gibt noch keine Anzeichen, keine ernsthaften, keine großen Anzeichen. Ihr wisst aber, auf was ihr achten müsst. Achtet darauf, dass Bewegungen, die schubmäßig runtergehen und wackelig hoch, zumindest Shorts erst mal implizieren, wenn sie dann getriggert werden. Allerdings, wenn ihr das hier im 5-Minuten-Chart habt, in dieser Größenordnung, dürft ihr nicht vergessen, ist die Zielgröße das, was die erste Bewegung macht, ist nicht notwendigerweise, da geht jetzt ein Schub runter, ab jetzt eine Million Punkte nach unten. Also, das ist nicht die Aussage, wann immer ihr einen Schub habt, es korrektiv in die Gegenrichtung geht, er triggert oder eine Umkehrkerze dann triggert oder was auch immer, ihr also als Einstiegssignal bekommt, immer davon ausgehen, erste Welle meine ich jetzt, die erste Bewegung, die Impulsbewegung noch mal nach unten. Das ist immer ein ganz guter Orientierungspunkt. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.